so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal sergeant power hier im start ja freunde freunde des guten geschmacks forse horizon 1 video nummer 75 doch bevor wir weiterfahren würde ich mich natürlich über einen daumen nach oben freuen und wenn ihr mich mit dem kostenlosen abo unterstützen wollt dann einfach den abo knopf vertätigen schon seit in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingelt dann wissen wir uns genau sagen bei uns am start start schon bald wieder geladen station power ist lost im game und wenn ihr mal im live sind dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv xsgdxpower oder den link in die video beschreiben nutzen und wenn jemand drin gelder lassen möchte dann auf www.perpol.me xsgdxpower und auch den link in die video beschreiben müssen ja meine freunde ich habe das falsche auto fällt mir gerade auf ich bin im falschen auto so auto wechseln wo ist mein auto mit dem ich normal immer fahren wo ist er wo ist er nein aus der was der da ist doch einsteigen das ist unser auto mit dem fahren wir doch die ganze zeit rum so herr mit der karre jawohl passt so mit der karre farmer jetzt zum rennen was wir uns hier ausgewählt haben wir wollen ja die serie abschließen oder hätte ruhig eine tafel stehen können dahinter auch oder vielleicht eine nein war keine 400 metern rechts abbiegen dort sind wir jetzt genau hier müssen wir ein rennen fahren da hinten müssen wir mal gucken wenn ich doch noch eine tafel aufgetaucht ist die man nicht gesehen haben aber ich sehe hier nichts ich glaube die tafeln die haben wir alle schon so hier drin war ja eine das weiß ich ja noch die haben wir ja schon das sind der ball wir wissen ja mir fehlen immer noch vier tägliche vier tägliche vier tägliche fehlen sind guck ich jetzt gerade hier rum nur um zu gucken in diese ollen fabrik hier ist nichts ok da ist auch nichts ja das müssen wir jetzt kurz machen müssen hier kurz gucken ob die nicht irgendwo nach ne pr-tafel rum steht wenn wir schon hier sind können ja sein dass hier noch irgendwo eine rumgurgelt so das heißt auch immer hier solche dinge reingucken das ist ja sehr wichtig aber hier haben wir nichts so da kann man sowieso nicht fahren in 400 Metern haben sie ihr Ziel erreicht so das ist auch nichts schade dass sie keine rote tafel mehr rum steht hier ist unser Ziel da wollen wir dann hin sie haben ihr Ziel erreicht ist dahinter noch eine tafel neu schade leider nicht hätte er sein können jetzt muss ich nochmal hier runter fahren hey du Pisser ich sehe auch hier auf der gesamten Fläche hier nichts da ist auch nichts da kommt man sowieso nicht hin ok dann fahren wir jetzt rennen meine Freunde lang genug hier rum gesucht uns fehlen immer noch vier tagen haha so gehen wir rein so festival rennen welche sind das steelwork dirt cross für c autos offenen fuhrparkautos geeignet mit diesem auto können wir hier nicht teilnehmen wählen sie in ihrem fuhrpark ein anderes aus ja fahren wir mit dem hier 5,3 beschleunigung 5,3 geschwindigkeit ja bei dir scheint nix in der birne aber 4 runden 4 runden müssen wir fahren in den 4 runden müssen wir natürlich die Gegner alle abziehen so überholen haben wir schön was gekriegt oh das ist eine üble Strecke das sehe ich jetzt schon mit diesen Kurven aber wir wissen ja ich bremse eigentlich immer ziemlich spät in die Kurven und dann wundere ich mich dass ich hier irgendwie an der Seite irgendwo so berühre und dann sind die Punkte immer weg oh Level 14 bald Level 10 meine Freunde aber ich kann nicht anders ich muss spät in die äh bremsen in die Kurve das ist jetzt ein Rennen ein Fahrzeug das mir gar nicht gefällt ja weil ich ja gar nicht rankomme an die Graz aber jetzt aber jetzt mal mal da war scheiße das ist halt dass das Auto ausgebrochen ist das ist genau mehr vom Monitor um das Drecksvieh das ist eine grüne Fliege geschickt von einer grünen Bundesregierung das ist die Spion Fliege ah ne über diese über diese Kaschbau kann man sich echt nur lustig machen mal jay sprung jawoll also volle Breitseite in die Bande und wir wurden die Punkte nicht weggenommen ist das geil ist das geil geil so schön ui genau so jetzt kommen Runde 4 meine Freunde Alter oder diese Rundstrecken Dinger ich hasse sie aber wir müssen die fahren die scheiße wir müssen sie einfach fahren aber wir sind ja in der vorletzten Runde dann wenn wir das Armband abgeholt haben sind wir in der vorletzten Runde das das kriegt noch nicht mal Drift Punkte hallo was da los ui Lachsnacken das das nenne ich ein Drift das nenne ich gerade ein Drift alter Lachs ha ha alter da war das ein Drift ja da war doch richtig nice haben wir den gemacht richtig nice so ja 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 du kannst mit mir auch Spaß haben nein ich will ihn denn nicht fahren ui Lachs ui Lachs ui Lachs ui Lachs das nenne ich meine Freunde und wenn es euch gefallen hat auf jeden Fall daumen nach oben da lassen und wenn ihr mich mit einem kostenlosen abo unterstützen und einfach den abo knuff betätigen schon seit in der power army da noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch ging dann wisst ihr ganz genau Sgt.power ist am start sgt.bauten video geladen sgt.power ist lust im game oder auch böde und wenn ihr mal im live-scene dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv slash xsgdxpower oder den link in der video beschreiben müssen ja meine Freunde jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen außer lasst euch nicht ärgern nicht von der wandsmeißel wenn ihr schlafen geht lasst die Hände über der Decke spielt nicht an euch selbst rum lasst eurem partner ein paar drin machen alles andere ist ökelhaft ich bin dann raus wir sehen uns im nächsten video im nächsten live stream wieder macht's gut und bis dann ciao ciao